Überrasche deinen Vater mit dem Weber iGrill Thermometer zum Vatertag. Mache einen besonderen Tag noch vollkommener mit Köstlichkeiten vom Grill. Das digitale Bluetooth Thermometer macht Schluss mit dem Rätselraten beim Grillen. Es ist ganz einfach. App herunterladen, mit dem iGrill verbinden, Sensor ins Grillgut stecken und los geht's. Mit vorgegebenen Temperaturvorschlägen und hochmodernen, cleveren Funktionen ist das iGrill immer wieder beeindruckend. iGrill von Weber. Das perfekte Geschenk für deinen Gartenhelden. Vielen Dank.